So, die Sonne scheint und ich habe sowieso langsame Entzugserscheinung. Nirgendwo kann man einfach mal so bummeln und Klamotten angucken, wenn es auch wieder schöner wird. Mal gucken, wie das hier die Boutique Calamès macht. Und so wenig stehe ich vor einem Geschäft. Diesmal Klamotten. Die Tür ist zu, weil natürlich darf hier keiner rein. Aber bis jetzt haben wir lauter pfiffige Besitzer getroffen, die einen Weg gefunden haben. Und ich bin sicher, die ganzen schicken Sachen finden auch ihren Weg zu ordnen. Ja, wir werden jetzt jeden Tag ein schönes Outfit über Instagram und Facebook posten. Einfach zur Inspiration, dass ihr ein bisschen Freude habt, schon mal schön die Sommersachen seht. Und ihr könnt uns dann natürlich auch gerne kontaktieren. Also, sie können uns gerne per E-Mail anschreiben. Und wir würden dann eine Rechnung versenden und entweder von Tür zu Tür, kontaktlos natürlich, allerdings dann auf Termin oder wir können auch die Ware zuschicken. Wir wollen gerne Gutscheine anbieten und geben die mit einem 10% Rabatt. Ich bin Model und bekomme jetzt verschiedene Outfits. Und wie ihr gehört habt, ihr könnt die Sachen anfragen, ihr könnt sie bestellen, ihr könnt sie auf Rechnung kaufen. Weitere Infos auf Instagram und Facebook. Also, wenn euch was gefällt und ich bin sicher, es gefällt euch irgendwas, ja, einfach kontaktieren und dann klappt auch das. Die Hose ist mit Targotaschen. Targotaschen, genau. Sehr cool und cool. Unten gesmoked. Genau. Sehr cool. Na toll. Unten gesmoked. Lederjacke, T-Shirt, die Hose ist dieser Tag. Also das ist mal ein Jogger anders, ein bisschen schicker, mit Blazer. Die Hose haben wir eben gerade gesehen, alles super bequem und volle Farbe. Oberteil Blusenstoff, aber wie ein T-Shirt geschnitten. Ganz schlicht trägt sich alles. Ganz toll aufzupeppen mit einer Kette, ansonsten locker mit einem weißen T-Shirt. Das wird mein neues Lieblings-Outfit. Mose mit Schluppe und klassische Cino mit Schlag. Das Outfit macht definitiv richtig gute Laune aus. Tasche. Ich liebe diese Yippie-Tasche. Ganz super. Und Jeans schön gekrempelt. Und... So, ehrlich gesagt könnte ich das stundenlang so weitermachen. Aber ich glaube, das waren ein paar richtig, richtig coole Outfits. Ich stelle nachher noch auf meine Blogseite, was genau ich getragen habe. Und wenn ihr Lust darauf habt und wollt das auch haben, ja, meldet euch hier, fragt an. Der Absager heute aus dem Auto. Ich habe es vor lauter Glück gerade vergessen. Es war so toll, mal wieder Sachen anzuprobieren und dann auch noch so großartige Sachen. Ja, ich schwäge jetzt ein bisschen weiter in diesem Glück. Und euch empfehle ich einfach nur, geht im Internet auf Kadames. Guckt euch bei Instagram und Facebook an, wie die neuen Looks sind. Und wenn euch irgendwas gefällt von den Sachen, die ich heute anprobiert habe, dann fragt einfach nach. Ich habe auf meiner Blogseite die einzelnen Sachen aufgestellt und tut euch keinen Zwang an. Fragt nach, bestellt sie und macht euch einfach schön.